Typische Stegi-Part wieder. Warum? Na, Junge, man sieht dich, wie du so aus der Entfernung so voll einfach gespeakt, einfach guckst, dass die bei ihnen da was machen. Äh, nee. Güte, Alter. Für ein Schulprojekt, bitte. Nein. Ich hoffe, sie war 17. Der Win wäre wichtig für die GmbH. Shut up, shit. Hi, Power, woher du bist? Bist du aus Turkmenistan, mein Bruder? Ich bin S.W.N. Ja, sicher. Du kannst das tun. Geh, geh, es ist ein Enem, geh, du musst den Enem schießen. Hallo. Nice, brother. Left, left, brother, left. Nice, brother. Turkmenistan, forever. Was macht Eren jetzt? You can make a big Saddam Hussein rocket in enemy face, okay? In enemy face, what are you doing? You have planned. Was macht Eren jetzt? Er verliert, er fangt er unten. Hallo. You have to block. What the fuck is happening? Hey, what happened? Pirol? Was zum Fick is ein Pirol? Say what? Oh. Warf jetzt. Oh, Ende. Oh, no, 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 no. Ja, und deswegen, deswegen spiele ich nicht mehr mit solchen Leuten. Ach, Jungs, das dodged ihr einfach. Oh, ihr seht das ja, ups. Das ist absolut keckwee und ich weiß nicht, ob es echt ist, aber mir ist gerade ein Mädchen in Instagram DMs gesladet. Die schreibt, hey, kennst du schon, Julia? Schickt das Instagram-Profil von der, weißt du, auf Twitter bei dem Reef-Viewer-Ding. Hier ist ihre Nummer. Und schickt mir einfach eine Nummer. What the fuck is happening? Oh mein Gott. Also das da ist sowieso ein Meme. Amir ist größte Meme. Ich bin hier seriöser Businessman an der Stelle, muss ich sagen, ja. Hier ist seriöser Businessman. Also ich mache ja alles richtig, ja. Ich bin seriös hier. Der Einzige hier. Wenn ihr die Bilder anschaut, das einzige seriöse Bild ist hier am Anfang, ja. Was bildest du das Equivalent zum Schwänzersong? Nice. Und Stooges und Magboy, die heißen im Chat ja anders als hier, ne. Aber weil jeder die falsch ausspricht in Valorant, und zwar zu Stooges sagen alle Stoché, ist ja jetzt auf einmal Franzose und too smart ist jetzt das neue Meme. Und zu Magboy sagt jeder Magboy und deswegen haben wir jetzt einen Magboy-Burgerladen aufgemacht. Und hier gibt es Magboy-Finedining. Und es gibt auch Stoché-Finedining, französisches Restaurant, müsst ihr wissen, ne. Dieses Spiel ist aber kein an sich normales Spiel, sondern das ist ein interaktives Spiel, was dafür dienen soll, um Radikalisierungsprozesse im Extremismus zu erklären, zu verstehen und zu verhindern. John, mal schauen. Ja, das hier. Kommst du morgen? Yep. Ich glaube, man nervt nicht zu. Oh, fuck.